Sie waren ganz oben, hatten den absoluten Gipfel erreicht. Ich kann Sie in ein Turnier mit den besten Kämpfern der Welt bringen. Ich spreche von einem echten Komitee in Osteuropa. Welch eine Ehre, so viele Champions in einem Raum zu sehen. Sie alle wurden als Teilnehmer für das Komitee auserwählt. Und was zum? Du hast den Verlierern? Um die kümmern wir uns. Das ist Draco, der ungeschlagene Champion. Meine Frau wurde als Geisel genommen und mich zwingt man in einem Komitee zu kämpfen. Draco? Ganz nix. Musst du auch nicht. Du musst nur überleben. Hat schon mal jemand mit Draco mithalten können? Nein. Es gibt hier jemanden, der kann dir vielleicht helfen. Wer? Menschen werden sterben. Es gibt einen Haufen Leute mit einer Menge Geld und John Hall liefert ihnen das. Dann sind wir nur Unterhaltungsware. Nein. Wir sind mehr als das. Mühe der Kampf beginnen! Run in the gauntlet. Run in the gauntlet. Run in the gauntlet. When you're in the fight. You know they're trying to kill you down. Das ist Schluss! Ja! Michael! Michael, es ist soweit! Run in the gauntlet! ARD Text im Auftrag von Funk